Jetzt habe ich ein Geräuschverschen für Mama. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, ich kann es machen. Und wenn wir noch reden dazu, heisst das Verschen ein Knopf, ein Knopf, ein Hosenknopf, der knallt. Und dann macht man ein Knopf, ein Knopf, ein Hosenknopf, der knallt. Ein Knopf, ein Knopf, ein Hosenknopf, der knallt. Ein Knopf, ein Knopf, ein Hosenknopf, der knallt. Und ich sage euch, das ist in eure Kunst noch einmal. Ein Knopf, ein Knopf, ein Hosenknopf, der knallt. Und wenn sie uns um Lust und Lenin hat, dann muss man ja Madame von혼 hinten drin. Und jetzt ist das đầu.